Bravo, bravo, das klang schon ganz gut. Und wenn wir den Refrain alle zusammen nochmal singen, wird's bestimmt noch viel besser. Und wieder Musik. Hallo Carsten. Hi Sven. Schön, dich hier mal so ganz alleine im Studio anzutreffen. Ja, ich hab Micky zu Hause gelassen. Ich dachte, du musst ja nicht alles mitkriegen, was wir so machen. Ja, wir könnten dieses Stück zum Beispiel auch ohne sein Wissen auf die CD pressen. Das hier? Jetzt? Ohne sein Wissen? Ja, ich weiß nicht, das ist nicht fair. Ach, ich meine, vielleicht schreibt er auch wieder was Böses über uns ins Booklet. Es sind natürlich niemals Wahrheiten, die der Micky halt ins Booklet schreibt. Ja genau, das muss mal gesagt sein, das ist ganz wichtig. Das ist immer Unsinn. Ich meine, wir lästern ja eigentlich nicht. Nee, nie. Also wir sagen wirklich nur Wahrheiten. Ja, genau. Und von daher könnten wir jetzt eigentlich auch mal die Wahrheit über den Micky sagen. Dann sagen wir jetzt die Wahrheit über den Micky. Ich denke auch, das wäre eigentlich mal an der Zeit. Ja, gut, okay. Der Micky ist nämlich ein ganz dummer, kleiner... Okay, googly moogly. Ja. Haha! 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 Vielen Dank.